Explosionen! Dammit! Ich fühle mich hier hart benachteiligt mit meiner Position. Okay, wir müssen erstmal den Granaten hier umbringen. Okay, wir müssen aus dem engen Gang raus. Das fühlt sich so hart wie Schusstraining hier an. Wieso stirbt das Ding nicht? Ah, weil ich dich treffe. Oh, das macht Sinn. Äh, haben wir? Zeigt mir das Ding eigentlich nur, dass ich hier meinen Schraubenschüssel benutzen kann? Ich glaube schon. Ich dachte, es würde irgendwas Sinnvolles machen, wie hier ist ein Schiff zu sehen oder so. Okay, bewegt sich dauerhaft. Wunderbar. Ähm, nicht die Bolz vergessen. Wir haben jetzt gedacht, wir brauchen 4000. Und wir haben gleich... Nice, haben wir. Okay, ähm... Wo sehe ich hier gerade irgendwas? Abtauchen. Schön, wie die komplette Musik aufhört. Ah, und dann geht's hier. Okay, das ist einfach nur so ein Zeichen. Oh, du bist zu doof zu springen. Gratulation, du bist im Wasser gelandet. Aber keine geheimen Sachen. Ich meine, das Spiel hat mir gesagt, hier gibt's geheime Sachen. Halte ich halt jetzt dauerhaft an jeder noch so sinnlosen Stelle auch schon danach, wo es lang gehen könnte. Auch wenn jetzt alles nur auf am Becken sind, damit man nicht sofort schütteln und umrunde fällt. Ich hab das Gefühl, dass auch unsere Reichweite, wenn wir die Bolz einsammeln, mehr wird, je mehr Bolz wir haben. Was für Magnetismus sprechen würde. Je mehr Ferro-Magnet-Zeug ich habe, desto mehr zum Magnet werde ich. Warte, neuer Plan. Sterbt alle auf einmal. Easy. Ich liebe die Granaten. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, die benutzen das gleich nochmal ein paar Mal. Außer bei sowas. Ich werde es. Hi, ach. Moin, der Boss, wir kommen im Stream. Ich weiß nicht, dass du hier bist, ich war. Hey, kennen wir uns schon? Ich verspüre ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube nicht. Hm, die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klimp. Wie auch immer, ich hab versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Drecksgruppen aufgetaucht sind. Die gesamte Region ist voll von Blark-Transport-Schiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf der Weg für ihn, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick darauf werfen? Aber natürlich, stibitzt von einem der Blark-Soldaten. Bitte sehr. Oh, okay, coole Dinger. Oh, Hallöchen. Ich bin Alonso Drag, Vorsitzender von... Diese Verkaufs-Melodie. Viele von euch fragen sich bestimmt, warum... ...marschieren 300 schwer bewaffnete Kampfpots, bedrohlich zu einem Schlachtschiff der Klasse G? Die Antwort ist einfach, Freunde. Fortschritt. Vor vielen Jahren mussten wir unter die Erde wegen der Luftverschmutzung, die vielleicht angeblich, aber ganz definitiv von der Firma meines Vaters verursacht wurde. China in 10 Jahren. Dann hier besitzen wir Stadtroboterbau den Planetenbau. Jetzt, da unser Projekt sich dem Abschluss nähert, müssen wir mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten. In diesem Falle heißt das, unsere freundliche Kampfbordarmee muss jene vernichten, die uns aufhalten wollen. Die guten Neuigkeiten, die haben keine Ahnung, dass wir kommen. Also, lehnt euch gemütlich und beruhigt zurück, denn ihr wisst, Drag Industries arbeitet für EIN. Drag Industries arbeitet nicht für EIN. Schön, dass die Werbung um die Wahrheit sagen muss. Hier hast du ein paar Transportprobleme. Greffen wir uns doch bei deinem Schiff. Wir machen dich wieder fit und abflugbar. Alles klar, nice. Ah, damit ist es eigentlich gedacht. Sind wir auch schon fast, Ratchet und Clank ist eines der Spiele, der meine Kitter geprägt hat. Upgrades, Leute, Upgrades. Das kommt hier raus? Ich dachte, das würde aus Robots kommen. Damn it, komplett falsch zu, Gott, mein ganzes Leben lang. Explodierst du? Wenn ich dich härter schlage? Leider nicht, schade. Ey, wie gesagt, ich habe das Kind auch gespielt, sehr gefeiert und dann irgendwie komplett vergessen. Ich hatte es immer gut in Erinnerung. Geradimo! Woo! Alter, die Balls! Gönn mir! Kommen wir vielleicht sogar hoch genug? Schön, wie er sich auch freut. Kommen wir vielleicht sogar hoch genug, um... Mein Gott! Komm schon, ich wollte schon eingeblieben. Beide zu kaufen? Gerne doch, gerne doch. Leider nicht. Egal. Je mehr Schusswaffen wir haben, umso mehr Bum können wir machen. So, gönn mir. Müsst du wirklich Bolz mit dieser tolle Waffe ausgeben? Ja, natürlich! Ach, der redet mit mir, alles klar. Können wir das direkt noch einmal verbessern? Wir haben hier, ähm, gerade... Warte. 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 Protonentrommel! Ähm, warte mal. Waffe ausrüsten. Kann ich direkt schon mal einen da reinbannern? Äh, wie sieht die aus? Protonentrommel. Das haben wir. Hol dir noch mehr Holo-Karten für deinen Gegner. Ach, das sind wirklich nur die Karten, okay? Du willst noch etwas länger freuen, nach der Waffe haben, dann ist das hier deine Ausrüstung. Dauer? Wie Dauer? Ganz ehrlich, länger durchhalten ist immer gut. Egal, welche Situation. Äh, kauf mal. Wunderbar. Keine Ahnung, was es bringt, aber länger durchhalten ist gut. Kommt es, äh, kommt es eh, aber das soll eine Anspielung sein. Ah, okay, nice. So, was haben wir jetzt hier? Oh, oh! Wie nice ist das denn? Okay, das Ding ist geil. Darf man erstmal wieder neue Munition holen. Und, äh, hey, Boy, was gibt's Neues? Du reparierst, denke ich mal. Ja, ja, ist okay. Alles klar. Auf geht's! Fakt, das war das Falsche. Haha! Oh mein Gott, wie das alles, alles umboxt! Ich muss sie nur anlocken und sie sterben. Oh, ich muss nicht mehr jede einzelne Kiste zerstören, theoretisch. Ähm. So kriege ich Damage. Achso, äh, hi! Du magst das einfach nicht zu tun. Und wer sollte zu Hause bleiben? Ich kann nicht gleich lesen und dabei auffassen, was die Leute sagen. Das war schon immer mein Problem. Und du stirbst einfach, würde ich sagen. Und euch da hinten nehmen wir direkt mal mit. So. Okay, ich kann nicht so weit schießen, wie ich gerne würde. Au! Okay, ich mach nicht One-Hit. Gerade bei Größen. Dann wurden die Minions, die sterben mal ganz kurz. Äh, hi-ho. Der hat gerade mal scheiße gesagt. Sehe ich all. Wenn ich sterben würde, würde ich das auch sagen. Ah, Goddammit. Nicht schon wieder. Ähm. Okay, hier hab ich getroffen, wie es aussieht. Au! Ach, das ist, wenn der Typ wie auf mich ballert. Übrigens Treppen ist für Anfänger. Nur das mal ganz kurz klargestellt zu haben. Ja, fucking hell. Ich glaube, die meisten Gäste einfach mit meinem Schrauben schon umbringen, weil ich keine Position mehr habe. Und dann vielleicht die Granaten Level 2. Was ist da passiert? Äh, Doppelkarte gesammelt. Okay. Äh, du bitte nicht. Dankeschön. Ach so, eindringende Blatt. Wir haben euch anlässlich eures Eindringens diesen Sektor mehrere Nachrichten hinterlassen. Ich will euch andeuten, dass ihr uns meidet, aber falls ihr eure Nachrichten noch nicht abgerufen habt, beraten einige Augen. Nice. Zum Beispiel, könntet ihr uns bitte nicht angreifen. Es wäre übrigens sehr nett, wenn ihr jetzt einfach mal weggehen würdet. Okay, der sieht böse aus. Ähm. Genauso ein Füß hat mich früher immer umgebracht. Im zweiten Teil, wo man nicht mehr schwimmen konnte. Aber der scheint, die freundlich zu sein. Ist okay. Die führen mich doch irgendwo... Ja, ins Loot führen sie mich. Das wollte ich doch sehen. Okay, das war halbwegs getroffen. Es lohnt sich dafür, die Granaten zu benutzen. Ich glaube tatsächlich, dass es schlauer ist. Einfach nur... Nein, ich habe kein Proton-Ding mehr. Schade, schade. Dann inzwischen treffe ich es sogar besser. Ich bin so stolz auf mich. Und kann ich euch jetzt eigentlich abschießen? Also, wenn ich so ein bisschen zielen könnte. Alter, bin ich scheiße im Wasser. Das ist literally ein Explosions-Ding, was ich treffen muss. Ich mache einfach alles andere erstmal kaputt. Ähm. Ja, ja, alles gut. Es kann auch... Es kann nur eine Photon-Trommel auf einmal geben. Das heißt, wenn du zwei schiebst, ist schon hier das erste. Ah. Alles klar. Danke für den Hinweis. So fühlt mich auch immer wieder, wenn ich versuche, mit Frauen zu kommunizieren. Es kommt einfach nichts zurück. Uh. Nice. Danke für den Hinweis. Schön, wie der Verkäufer ist auch zum Moment. Ey, yo. Kauf dir das geile Zeug. Vertrau mir. Es ist geil. Apropos geil. Protonin-Protoninator. Ach, furchtbar, um rauszugehen. Trommel. Trommel heißt das Ding. Es heißt einfach nur Trommel. Okay, nice. Gönnen wir uns. Yes. Ne, 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 ne. So nicht, meine Freunde. Ich liebe die Action. Sie macht Particle Effects. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Das ist scheiß Kabelmanagement, meine Damen und Herren. Okay. So, auf die Entfernung komme ich nicht. Ah. Danke fürs Retten, meine Freunde. Ich wäre da beinahe in Abgrund gefallen. Was wir echt nicht wollen. Oh, ich liebe jetzt den Trigger gedrückt lassen zu schießen. Das macht Sachen wesentlich angenehmer. Und ich sollte auch noch Tüfe 2 haben. Ich habe ziemlich viel fast Tüfe 2. Hey, du droh nicht. Der EU im Kriegsfall, würde ich sagen. Der Typ schießt mich ab. Könnt ihr mich bitte bewegen, wenn ich umgebracht werde? Okay, er braucht dringend unsere Hilfe. Alles klar. Okay, wir müssen diese Scheiße sogar beeilen. Okay, fuck. Wir haben nur noch einen geilen Schuss. Komm schon, bitte ein bisschen mehr Munition. Ich brauche hier geiles Zeug. Das ist okay. Kurz die Explosion hinter mir ignorieren. Das ist okay. Da sind wir zumindest etwas safe. Bitte schön, rüber da. Und das heißt, wir werden jetzt einfach die ganze Zeit zu spielen. Jetzt werden wir Schutztruppen. Ich erkenne Reddard schon. Der meint, ja, ja. Ich gehöre dazu. Auf jeden Fall. So, du hast zu sterben. Okay, wir haben nur zwei. Fuck, nicht getroffen. Dann halt nicht. Ähm. Dann machen wir das ganz easy. So. Und den Rest machen wir mit weiteren Granaten. Wo sind die Gegner? Da sind sie. Sterb, meine Freunde. Das ist gerade ein scheiß Bruchteil vor mich gefallen. Was meine Explosion aufgehalten hat. So, und nicht, meine Damen und Herren. So, wir haben noch einen Schuss. Wir müssen unbedingt mehr Schuss hier verkaufen. Viel ist, viel zu wenig. Äh. Gönn dir. Jawoll. Lut. Warte, und du musst bitte einmal da reingeworfen werden. Das hat sogar beinahe funktioniert. Okay, kurz ein bisschen leben. Wir wollen ja nicht schon wieder sterben. Wer nicht retten könnte, wäre das ganze Spiel so viel einfacher. Okay, neue Karte. Gönnen wir uns mal. Auf welcher Schwierigkeit spielst du, Hans? Ich habe normal genommen. Danke. Ich dachte, wir wären erledigt. Vorsichtshalber erstmal. Wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Warum versucht, Drag dich umzubringen? Wegen meines Neffen, Skid-McMarx. McMarx? Skid-McMarx? Der Profi-Hoverboard? Oh, Schild-Hoverboard gab es ja auch noch. Ich habe mir diesen Infobot von Aridia geschickt. Und die Blags sind seitdem hinter mir her. Hier, seht man. Genau, zeigt, dass ein random Stranger da ankam. Hey, McWash. Skid-McMarx hier. Du warst schon. Dein Neffe. Mein Agent und ich sind bei der großen McMarx-Sport-Check-Eröffnung. Hier auf Aridia. Und Mann, war das vielleicht ein Leben. Ich habe alle möglichen Leute getroffen. Fans, Prominente, meine Gadget-Tour-Sponsoren. Ich habe sogar Autogramme gegeben für diese schrägen Kreaturen-Amt. Ich glaube, sie erledigen ihr Wasser-Faridia. Warte, einen Moment. Hydro-Ernter. Super illegale Wasserverdrängungs-Apparatur. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das kriegen sollte. Haltet ihn auf. Er hat die Bauchzelle. Ah. Los, ruft mein Agenten an. Und mein Pressesprecher. Wobei, ruft kein dieser Typen an. Ruf jemand an, dem etwas anbeliegt. Ich will doch nicht sterben. Netter kleiner Junge. Au, es gibt eine Karte. Nice. Einverstanden, aber wir müssen erst das Schiff reparieren. Ja, ja, ist okay. Wait a second. Aha, Geheimgang. Ist der Weg zurück, oder? Ah, ist der Weg zurück. Dammit. Eurem Bürgermeister geht es gut. Ein fälziger Held und sein Roboterfreund haben mich gerettet. Aha, schlecht. Ich bin enteutscht von dir. Ey. Nein. Und so zogen Ratchet und Clank los. Und ihr Schiff mit der Hilfe des Klempners. Ich wollte noch das Ding kaufen. Sie ahnten noch nicht, dass sie bald der Großartigkeit so nahe kommen würden, dass sie das Anspannen ihres mächtigen Bizeps hören können. Zuerst begegneten sie einem gehirnfressenden Zombie-Team. Wait, what? What? Schade, ich hätte gern gespielt. Ja, ihr seid jetzt wieder startbereit. Bringt bitte diesen Infobot zu Captain Quark. Versprochen. Danke für die Hilfe. Gerne doch. Bis zur nächsten Fortsetzung. Was? Irgendwann ist das komisch. Warte, nur die Schiff betreten. Wir müssen noch mal ganz kurz da einmal einkaufen gehen. Ich weiß, ich bin auch enttäuscht von mir. Aber ich wollte dann doch lieber einmal hier vorankommen und schauen, wie das Spiel überhaupt ist. Wie gesagt, ich habe nur den Einzeigen gespielt aus Ewigkeiten her. Ja, ich möchte wirklich kaufen. Dankeschön. Und aufrüsten. Wir haben noch fünf frei. Wir könnten also das Ding nicht komplett machen. Wir könnten natürlich die Schmelzkraner... Warte. Wir könnten den Flammenwerfer verbessern. Oh, die Protonentrommel. Alles klar. Protonen wir mehr. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Inhalt. Dauer ist auch ganz cool. Wir können gar nicht mehr dazu nehmen. Aber mehr Wirkungsbereich ist auch super. Warte. Zack, zack. Dort hin. Dahin. Okay. Ich weiß nicht, warum man das in Folge machen muss. Aber können wir tun. Wir können natürlich den Kreis jetzt voll machen, um das Ding in der Mitte freizuschalten. Was wäre das? Das ist jetzt eine super massive... Ach nee, das Ding haben wir bei der Stufe 1. Das wäre bei der Stufe 2 und 3 und so weiter, wenn wir neue Dinger freischalten. Von da aus dann neue Optionen haben. Okay. Das heißt, wir könnten natürlich jetzt auch das Ding hier einmal umrunden. Aber dann habe ich nicht noch extra Wirkungsbereich. Das geht natürlich nicht. Lieber noch mal ein bisschen warten. So. Ja. Oh, cool. Sehe ich genauso. Nice. Wie funktioniert mein Flammenwerfer? Ah. Er wirft Flammen. Oh mein Gott. Das sind Kristalle? Da habe ich die Dinger immer rausbekommen. Das hätte ich vielleicht auch mal wissen sollen. Übrigens habe ich in den Beschreibungen durchgelesen. Das hat am besten nicht mehr gepasst. Nee, aber schwer ist echt Hardcore. Beim ersten Boss war ich so schlecht, dass ich fast alle meine Waffen 2 Level höher hatte. Uh. Weil ich immer gestorben bin. Ah. Die Waffenlevel bleiben also da. Gut zu wissen. Ähm. Protonentrommel. Komm her. Wir machen dich erstmal direkt voll. Ähm. Das ist natürlich nice to know, basically. Das heißt gut, dass ich hier nicht das Bessere nochmal habe. Ich meine, es stand ja sogar da. Ich bin kein cool Guy, der mit dem Slow-Mo von Explosionen wegläuft. Ähm. Breiter. Harder, better, faster, stronger. Ist das wirklich ein Idealfit länger? Ja. Nice. Ich messe damit auch immer tolle Sachen. Hol dir noch mehr Rari. Das wäre gut. Damn it. Das hätten wir zuerst machen müssen, um halt eher hochleveln zu können. Egal. Haben wir neue Karten bekommen, by the way? Ähm. Wenn man dabei sind, hier zu gucken. Haben wir. Schön. Äh. Nur Videos zahlen im Pyro-Tizer. Ich glaube, wir haben jetzt den ganzen anderen Rest der Karten schon übersehen. Wobei, die gibt es ja auch random. Das heißt, dementsprechend, vielleicht ist das gar kein Sammelobjekt, sondern nur ein Sammelobjekt. Ratchet und Clank waren glücklich, als sie entdeckten, dass ihr frisch repariertes Schiff über einen verbesserten Hyperraum-Navigationscomputer verfügte. Naja, zu Hause gibt es nicht viel zu tun. Genau. Äh, was wir da unten sehen, sind goldene Schrauben. Das sind auch wieder Sammelobjekte, die irgendwas bringen. Ich weiß nicht mehr was. Und dann sehen wir mal, wie viele da sind. Äh, wo muss ich hin? Aridi, ne? Ähm. Bring die Infobots zur ganzen Schutztruppe. Das wäre auch nochmal wichtig. Ich mache Skidmarks ausfindig. Äh, finde Skids ergänzt. Okay, ne, hier. Wir geben erstmal Infobot ab. Erstmal der Polizei Bescheid geben. Okay. Wir haben noch keinen Boss gesehen, ne? Das heißt, er kommt erst noch. Rüste seinen Grovitron auf, damit Gegner beim Tanzen mehr Schaden nehmen? Grovitron! Stimmt, wie ein Dubstep-Kanode. Die Map gibt es später auch nochmal. Da habe ich schon ein paar Mal online gespielt. Oh, da kann man perfekt eine Bombe reinwerfen. Wir räumen es auf und zerstören alles. Oh, nice. Aktiviere Waffensysteme. Okay, äh. Do a Barrel Roll. Okay, das ist, äh. Warte, warte, warte. Wie kann ich? Ah, fuck, das ist invertierte Steuerung. Sag das doch. Ähm. Warte, okay. Wenn ich schieße, werde ich langsam automatisch boost. Ähm. Was muss ich kaputt machen? Transportschiff, ne? Äh. Oh, ja. Da war was. Äh. Nicht dagegen fliegen. Äh. Ja, danke, Rachel. Äh, Clay, ist mir klar. Okay, bam. Gotcha. So, da ist noch eins. Easy. Äh, was ist das da? Ist das einfach nur... Ah, ist Boundary. Ah, das geht uns gleich auf die Galaxy. Da haben die das auch auf Xanax geformt. Okay, ja, ja. Transportschiff. Ich weiß. Dieses. Ah, das rot leuchtende. Alles klar. Ja, ich habe... Oh, die älteste Schmeldung war recht genug. Können wir übrigens mal ganz kurz da ein bisschen mithelfen. Wir machen keinen Damage. Schade. Ja, ich bin ja schon dabei. So, warte. Äh, das da können wir ganz kurz mitnehmen. Kriegen nicht mal Bolz dafür. Schade, schade. Ähm. Doch, 5 von 5. Easy. Äh. Oh, das ist noch mehr. Die 5 von 5. Alles klar. Gatchavich. Ähm. Oder was auch immer verstanden. Commander. Oder so ähnlich. Okay, aber. Ist auch viel einfacher, das im Fliegen zu machen. Komm schon. Ja, wir können mal Hilfe gebrauchen. Das hätte ich gerne noch gehört. Ich bin so scheiße im Fliegen. Wobei auch echt die Steuerung nicht ganz so intuitiv ist. Ich würde gerne irgendwie langsamer fliegen können noch. Außer beim Schießen. Ich meine, es sind Transportschiffe. Die können nicht zurückschießen, Ratchet. Wäre komisch, wenn wir keinen Lauf hätten. So, come on. Zieh rüber. Gatcha. Okay. Nice, nice, nice. Hey Jungs, ihr habt offenbar alle Transportschiffe erwischt. Aber da ist immer noch das Kriegsschiff. Warte, da ist doch immer noch einer. Das ist einfach nur ein random Schiff. Der Panzer des Kampfbots ist mit Maritanium legiert. Wenn wir einen Kampfbot mit ausreichender Geschwindigkeit gegen das Schiff schleudern, könnte er vermutlich den Rumpf durch... Was? Erzsamt? Nice. Dein Waffenpaket enthält einen Magnetbooster. Okay. Ich schreibe die Software um, um den Kampfbot-Panzer zu isolieren. Ah, erledigt. Jetzt müsstest du mit dem Magnetbooster Kampfbots aufnehmen. Nein. Really? Okay, Kampfbots abfeuer. Warte, Dreieck? Was nicht verwenden? Bestimmt sind ein paar Kampfbots in L. Okay, alles klar. Ähm, die waren doch irgendwo hier, ne? Kommt mal kurz mit, meine Freunde! Die L jetzt kommen! Okay, alles klar. Und da zum Schiff. Und schleudern mit L2. Wie geil ist das denn? Warte, muss ich loslassen dafür? Okay, sie hält sauerhaft. Äh, ein bisschen näher ran. Und... Bereit machen. Ja, schleudern! Wuhu! Nice, 50% Leben. Das sieht gut aus. Ähm, da sind noch mal ein paar. Ihr, meine Freunde, ganz kurz mitkoppelt. Die Elgels brauchen euch. Und... Ich hoffe, der Magnet hält da weiter. Ja, das klappt gut! Sehr schön. Okay, das heißt, wir müssen das schon noch ein paar Mal machen. Äh, wenn wir das jetzt schon einmal lernen. Das heißt, wir müssen das auch lernen, besser zu werden. Warte, ihr kommt mit. Easy! Was, das reicht noch nicht. Damit, damit, damit. Okay, naja, dann dürft ihr einmal alle mitkommen, meine Freunde. Und dann auf zur Rettungsaktion, meiner eigenen Freunde. Geht zurück nach Hause! Boom! Easy. Invertiert kannst du umschalten. Okay, alles klar. Äh, also Schiedsumkrone. Mit dem goldenen Schraubenschaltest du ex. Das waren die Dinge, wo man extra freischaltet. Alles klar. Ähm, fast alle Goldballs braucht das. Okay, Schiedsumkrone. Ja, das hatte ich auch schon mal ein paar geguckt, so viel. Großer Kopf und sowas. Ähm, und die hatte ich erstens immer ignoriert, weil... Äh, warum denn das? Wer braucht schon Schieds oder so? Dann gut, Leute, lassen wir diesen Helden etwas Raum zum Atmen. Ich beantworte gerne alle Fragen in ihrem Namen. Ey! Das ist Warnamecker hier. Warnamecker. Zu Mitgliedern der Schutztruppen? Wie war das? Hihi! Ja, ich. Wollte genau das tun. Und so half ein Glücksfall einem jungen Lombax dabei, ein Blarkkriegschef auszuschalten. Ein Glücksfall? Er und der Roboter waren ein tolles Tor. Exakt! Dankeschön aus ihm auf! Das ist genug von dir, Solitary Bill. Hüft. Gibt man einmal jemandem seinen Pudding, wird man ihn nicht mehr locken. Also, was geschah dann? Wunzt der gerade? Fliege niemals mit Klenk in einem Schiff. Das Schiff wird immer explodieren. Das klingt nicht wie ein sinnvoller Plan. Aber das war besser als Explosion? Vom Zug überfahren werden? Alles klar, why not? Ich finde immer, dass die Spielaufzeichen immer noch mit angegeben wird.